1.258 Verkäufe und das für jeweils 6,90 Euro. Das bedeutet, dieser Verkäufer hat tatsächlich über 8.500 Euro, nämlich 8.680,20 Euro verdient und das kannst du auch schaffen und zwar mit der Plattform Etsy. Als kompletter Anfänger, ohne dass du in irgendeiner Form Lagerhaltung betreiben musst. Du brauchst kein Startkapital, es ist kein Dropshipping und du kannst sofort loslegen, online Geld zu verdienen mit dieser Strategie und das innerhalb weniger Minuten. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute zeige ich dir eine sehr, sehr coole Strategie, wie du wirklich ohne Erfahrung in wenigen Minuten loslegen kannst, Geld mit Etsy zu verdienen und das ohne, dass du Dropshipping betreiben musst, ohne dass du vorher irgendetwas gelernt haben musst, ohne dass du Lagerhaltung benötigst und dir irgendwelche Produkte kaufen und wieder verkaufen musst. Denn was wir machen werden, ist, wir beschäftigen uns bei dieser Strategie mit digitalen Produkten und das kann sehr, sehr lukrativ sein. Ich zeige dir, wo du Designs herbekommst. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du das Ganze auf Etsy veröffentlichen kannst und wie du innerhalb von 5 Minuten direkt loslegen kannst. Wenn du Spaß daran hast, dann freue ich mich natürlich sehr über ein Like für dieses Video und noch mehr freue ich mich über ein Abo. Ganz einfach rechts oben oberhalb des roten Pfeils auf den Button klicken oder rechts unten auf den gelben Geldsack. Noch schnell bitte die Glocke aktivieren und alle Benachrichtigungen einstellen, denn dann wirst du automatisch informiert, wenn es hier bei Geniale Geld Ideen zweimal in der Woche neue spannende Methoden zum Online-Geld verdienen und zum smarten Investieren gibt. Dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, ebenso wie für eure Kommentare. Wenn ihr also etwas wissen wollt zu dieser Strategie oder zu anderen oder neue Vorschläge und Ideen zu Dingen habt, die ich gerne mal vorstellen soll, dann lasst es mich bitte jetzt in den Kommentaren wissen. Was wollt ihr in Zukunft auf dem Kanal sehen? Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ihr seid auch ein kleines bisschen gespannt, wie diese Strategie hier aussieht. Wenn wir uns auf Etsy befinden, dann ist das für diejenigen, die die Plattform nicht kennen, ein Marktplatz, ein Online-Marktplatz, auf dem unzählige verschiedene Produkte, teilweise auch sehr kreative Produkte, Eigenkreationen, Gebasteltes und so weiter, verfügbar sind. Also da kann man sehr kreative Dinge finden. Aber wenn du jetzt sagst, oh, ich kann nicht stricken, ich kann nicht häkeln, ich kann das alles nicht und möchte auch mit dem ganzen Produzieren und Versenden nichts zu tun haben, dann gibt es bei Etsy auch die Möglichkeit, digitale Produkte anzubieten. Wenn wir also mal hier nach digitalen Produkten suchen, dann siehst du, es gibt nicht nur Produkte, die als Poster oder als gerahmtes Bild zur Verfügung stehen, sondern ganz einfach auch als Download. Wenn wir also jetzt mal in eines dieser Produkte reinschauen, zum Beispiel dieses hier, das Poster schön hier, dann sehen wir hier, das ist verfügbar ab 6,90 Euro und die Option ist, es kann ein Poster sein, es kann ein Poster in A4 oder A3 sein und du kannst das Ganze als PDF-Datei, also als rein digitalen Download bestellen für eben diese 6,90 Euro. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass dieser Verkäufer hier 1.268 Verkäufe hat, dann ist es so, dass man bei 6,90 Euro pro digitalen Download hier bei weit über 8.500 Euro ist und das ist natürlich schon extrem lukrativ für eine einfache PDF-Datei mit lediglich 9 Buchstaben drauf. Wichtiger Hinweis, das ist natürlich nicht die Verkaufsanzahl, diese 1.268 für dieses eine Poster. Der Shop hat natürlich viele, viele andere Designs, aber und das ist das Wichtige, die meisten bestehen nur aus diesen Dingen, nur aus Download-Material mit nichts mehr als ein paar Buchstaben drauf, die du dir dann selbst ausdrucken können sollst und dann selber rahmen musst als Käufer. Einfacher kannst du wirklich nicht online Geld verdienen. Wenn wir uns mal den Shop angucken hier von Mapure Design oder Mapure Design, dann siehst du, die meisten dieser Dinge, die sind eben tatsächlich ein paar Buchstaben, ein paar Grafiken und irgendwelche Sinsprüche, die man sich gerne mal an die Wand hängt und alles ist zwischen 6,90 Euro und 8,90 Euro schon als digitaler Download verfügbar und wenn Menschen so etwas kaufen, dann glaube mir, kannst du selber auch dir ganz, ganz schnell in wenigen Minuten so einen Online-Shop aufbauen und das Ganze auch verkaufen und ich zeige dir jetzt ganz genau, wie du das machst. Wo kriegst du also erstens so ein Design her? Ganz einfach, du erstellst es selbst mit Hilfe der Plattform Canva. Canva ist ein kostenloses Design-Tool, da kannst du dich registrieren, musst nichts dafür bezahlen und kannst alle möglichen Designs eben auch, Vorlagen für Poster als PDF in Druckqualität erstellen und genau das werden wir jetzt machen. Wir wollen also ein Design erstellen und suchen einmal hier nach DIN A4 und hier finden wir ein Dokument im A4-Format, genau das wollen wir erstellen, dann hinterher soll ja ein DIN A4-Poster daraus werden. Also klicken wir hier auf ein Dokument im A4-Format erstellen und zwar ein leeres, denn da soll ja gleich was reinkommen. Was muss jetzt hier für ein Design rein? Es könnte jetzt wirklich so etwas sein wie einfach nur schön hier, Welcome Home, bitte Schuhe ausziehen. Also da kann man viele, viele interessante Dinge finden und die kannst du ganz, ganz individuell selbst gestalten, um deinen eigenen Shop daraus zu basteln. Sehr schön ist beispielsweise auch so etwas, ein Design, das aus zwei Teilen besteht, in dem eine Schrift anfängt und am anderen Bild weitergeht und dann kann das ausgedruckt werden und die Menschen können sich das in zwei Rahmen hängen und dann zum Beispiel über das Sofa platzieren. Also solche Dinge sind auch möglich, nur damit du ein paar Ideen kriegst, worum es geht und was du machen kannst. Inspiration findest du aber auch, wie immer bei Google, wenn wir hier beispielsweise mal nach Sinnsprüche suchen und zwar zu Hause, denn die Familie ist ja immer etwas, was interessant und spannend ist und für viele einfach dazugehört. Und hier gibt es gleich schon die 20 schönsten Ideen für Zitate rund ums Thema Wohnen. Vielleicht eignet sich da etwas auf so ein schönes DIN A4 Poster zu packen. Zum Beispiel Home is where your heart is. Also können wir das ganz einfach hier raus kopieren, wählen bei Canva einen Text aus, zum Beispiel eine Überschrift und ergänzen das bzw. ersetzen das Ganze durch den Spruch, den wir gerade gefunden haben. Home is where your heart is. Das Herz können wir mal rausnehmen, da werden wir nämlich gleich ein richtiges Herz reinsetzen, ein gezeichnetes und können diese Geschichte hier einfach größer ziehen und hier wieder verkleinern, bis das diese gesamte Fläche ausfüllt. So, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus, aber es könnte natürlich auch ein etwas handschriftlicheres Schriftbild sein, also kannst du das Ganze auch kopieren und nach einer anderen Schriftart suchen, hier oben und suchst dann etwas raus, was ein kleines bisschen besser dazu passt, was man sich auch gerne an die Wand hängen würde. Zum Beispiel so etwas. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein schönes Herz, also suchen wir die Elemente und geben hier Herz ein. Und da findest du ein paar zur Auswahl, die sogar kostenlos bei Canva verfügbar sind. Das hier sieht gut aus, das können wir natürlich auch größer ziehen, so dass es hier hervorragend reinpasst. Und schwupps, hättest du schon dein allererstes Poster-Design fertig. Waren das fünf Minuten? Ich glaube, es ging sogar wesentlich schneller. Das Letzte, was zu tun ist, ist, du gehst auf Teilen und dann auf Download und lädst dieses Design als PDF in Druckqualität herunter. Das ist ganz, ganz wichtig, denn es muss ja hinterher ausgedruckt werden. Also nicht hier PNG, sondern PDF-Druck, ideal für den Druck. Das geht alles in der kostenlosen Version von Canva. Dann klickst du auf Download und schon hast du dein erstes Design fix und fertig erstellt. Und du siehst schon hier in der Vorschau, wie cool das aussieht, wenn das Ganze ausgedruckt ist. Jetzt musst du das Ganze nur noch hochladen und das ist auch super einfach gemacht. Du musst dir zunächst einmal einen Etsy-Account erstellen und zwar einen Verkäufer-Account. Und auch hier natürlich ganz wichtiger Hinweis, in dem Moment, wo du dir digitale Downloads verkaufen möchtest, bist du natürlich unternehmerisch tätig. Das bedeutet, ja, du brauchst ein Gewerbe, um hier Geld zu verdienen. Dazu gibt es auch auf meinem Kanal in Kürze ein detailliertes Anleitungsvideo, damit du weißt, was du tun musst und wie du loslegen kannst, hier auch auf rechtlich einwandfreie Art und Weise online Geld zu verdienen. Wenn du dann loslegen möchtest, dann klickst du einfach auf deinen Account und stellst ein neues Produkt. Gehst also in den Bereich Produkte und rechts oben dann auf den Punkt Artikel einstellen. Und jetzt brauchst du als allererstes ein oder mehrere Fotos, wie so ein Bild an der Wand aussieht. Jetzt hast du aber das Ganze gar nicht ausgedruckt und du musst es auch gar nicht ausdrucken und einrahmen und dann über deinen Sofa hängen. Das machen wir viel einfacher und ebenfalls kostenlos. Wir gehen einfach dazu wieder auf Canva und da suchst du entweder hier nach Smart Mockups oder klickst auf der linken Seite direkt auf diesen Shortcut und hast dann die Möglichkeit hier Mockups, also integrierte Fake-Bilder zu erstellen, wie denn so etwas zum Beispiel bei Print letztendlich aussehen würde, wenn so etwas gerahmt an der Wand hängt. Also du klickst auf Rahmen und hast dann hier ein paar Vorschläge, wo du dein Design, dein Bild eben hinstellen oder hinhängen könntest. Zum Beispiel hier an diesem Tisch mit dem Koffer drauf. Und du siehst, das Ganze kannst du kostenlos nutzen, wählst ein Bild bzw. Design aus, was wir gerade erstellt haben. Nämlich das Home is where your heart is. Wir klicken auf Wählen und in dem Moment wird das ganz automatisch hier reingesetzt. Du kannst das Mockup rechts speichern und ganz einfach herunterladen. Und das Ganze dann hier im Shop Manager bei Etsy über ein Foto hinzufügen hochladen. Und du siehst, da haben wir schon unser Hauptbild, das ist automatisch ein Thumbnail, also ein Vorschaubild, was generiert wird für Etsy von der Plattform selbst automatisch. Ein Video haben wir jetzt nicht, aber das kannst du natürlich wann immer du willst ergänzen. Und ganz wichtig natürlich hier den Artikel Details einzubinden. Der Titel sollte auch so sein, dass man etwas finden kann. Da kannst du dich orientieren natürlich an den gut verkauften Produkten anderer Hersteller. Zum Beispiel hier schön hier zu Hause Poster, Wanddeko und das Ganze willst du ja auch zum Download anbieten, kopierst das raus, musst es aber natürlich dann so anpassen, dass es zu deinem eigenen Produkt passt. Home is where your heart is. Dann geht es um die Details für diesen Artikel. Wer hat es gemacht? Das bist natürlich du selbst. Ich war es. Dann was ist es? In diesem Fall ist es ein fertiges Produkt. Das muss nur noch ausgedruckt werden. Wann hast du es hergestellt? Produktion auf Bestellung. Das Ganze wird ja automatisiert hinterher ausgespielt. Dann kannst du eine Kategorie eingeben oder auch mehrere, zum Beispiel Download in Digitaldrucke, Kunstsammlerstücke Digitaldrucke. Das bedeutet in dem Moment, wo du hier Digitaldruck als Kategorie auswählst, können deine Informationen und deine Artikel in all diesen Kategorien hier gefunden werden. Hauptfarbe kannst du weglassen, kannst du aber auch einfach als weiß lassen, weil das der Hintergrund ist. Sekundäre Farbe ist schwarz. Ausrichtung ist in diesem Fall vertikal und alles andere kannst du auch erstmal weglassen. Dann ist es ganz wichtig, die Art auszuwählen. Es ist nämlich kein physisches, sondern ein digitales Produkt, eine digitale Datei, die sich die Käufer herunterladen können. Und hier solltest du eine schöne Beschreibung einstellen, die auch ein paar Keywords, nach denen gesucht wird, beinhaltet. Auch da kannst du dich orientieren. Bitte nicht kopieren, sondern nur orientieren anhand der Produkte, die eben im Download-Bereich bei Etsy gut funktionieren und da ganz gut sich verkaufen. Also hier ist beispielsweise eine Beschreibung drin und die kannst du natürlich als Inspiration nehmen, um deinen eigenen Text dazu zu erstellen. Und je persönlicher und individueller das ist, desto begeisterter werden die Leute logischerweise sein. Dann wählst du hier einen Preis aus. Der Preis bei solchen Downloads ist immer in der Regel irgendwie zwischen 6,90 Euro und 9,90 Euro. Wenn du das also irgendwie ein bisschen günstiger machst, zum Beispiel nur 5,99 Euro, dann ist das schon mal ein sehr, sehr guter Preis, der vielleicht dafür sorgt, dass andere Menschen das eher bestellen. Die Stückzahl kannst du hier ruhig auf 999 Euro setzen, denn es ist ja ein digitaler Download. Und in dem Moment, wo du das Produkt hinterher hochlädst oder dieses Listing hochlädst, zahlst du einmalig 20 US-Dollar, also 18 Cent für die Einstellung auf der Plattform bei Etsy. Das ist das einzige, was du bezahlen musst für diese gesamte Strategie. Und ein wichtiger Punkt noch, du musst oben, das war ein klitzekleiner Fehler von mir, nicht angeben, dass das Ganze auf Bestellung produziert wird, denn dann hast du nicht die Möglichkeit, ein fix und fertiges PDF für den Download automatisiert hochzuladen. Deswegen musst du hier angeben, vor kurzem und dann kannst du jetzt nach unten scrollen und wenn alles andere korrekt eingegeben wurde, inklusive Preis und der Stückzahl, dann hast du die Möglichkeit, jetzt hier unten ganz einfach die digitale Datei hochzuladen. Und da lädst du natürlich das PDF hoch, was du gerade veröffentlicht hast bei Canva. Dann wird hier das Home is where your heart is. PDF hochgeladen. Das letzte und einzige, was du jetzt noch tun musst, ist einmal auf Veröffentlichen zu klicken und schon ist alles erledigt. Und du siehst, wie cool und professionell das Ganze aussieht. Der Preis ist jetzt hier 7,13 Euro, weil ja noch die Umsatzsteuer dazu kommt. Wenn du hier einen runden Preis haben möchtest, dann musst du bei der Preisgestaltung unten im Backend ganz einfach 19% Mehrwertsteuer davon nochmal abziehen. Wenn dir dann draufgerechnet wird, hast du hier zum Beispiel einen schönen Rundenbetrag von 6,90 Euro oder 5,99 Euro oder was auch immer du da gerne hättest. Dann können sich die Leute das hier durchlesen, eine schöne Information dazu aufrufen und sehen dann hier, dass das Ganze sofort als Download verfügbar ist, sobald die Zahlung bestätigt wurde. Und um die Zahlungsabwicklung und alles weitere kümmert sich Etsy. Du kannst einfach nur warten, bis du davon profitieren kannst. Natürlich solltest du jetzt nicht nur ein einziges Design machen, sondern lass dich inspirieren. Suche, wie gesagt, bei Google nach Inspiration. Schaue bei Etsy, welche digitalen Produkte sich gut verkaufen und lass dich davon inspirieren. Erstelle dann deine Designs kostenfrei in Canva. Erstelle kostenlos ein Mockup, das du nutzen kannst, um attraktiv das Ganze dann darzustellen. Lade deine Produkte auf Etsy hoch. Und du hast gesehen, das hat 5 Minuten gedauert. Wenn du dir eine Stunde Zeit nimmst, bist du schon in der Lage, innerhalb nur einer Stunde, also in 60 Minuten, 12 unterschiedliche Designs hochzuladen. Wenn du dir also 3 Tage Zeit nimmst, bist du in der Lage, hier 30, 40 verschiedene Designs in wunderbarer Qualität zu veröffentlichen. Und glaube mir, wenn du das hochskalierst, dann wirst du richtig viel Geld mit dieser coolen Methode verdienen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von dieser Idee hältst, ob du schon auf Etsy aktiv bist und welche Erfahrungen du gemacht hast. Spannende Erfahrungen kannst du übrigens auch machen, wenn du aufs linke Video klickst. Da habe ich dir eine sehr, sehr coole Methode verlinkt, wie du 18.000 Euro verdienen kannst mit einer ziemlich bekloppten Methode. Oder klick aufs rechte Video, wenn du immer schon mal Trading ausprobieren wolltest, aber überhaupt keine Erfahrung hast und das auch so bleiben soll. Egal, ob du links klickst oder rechts, ich freue mich, wenn wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen.